Willkommen zu einer weiteren Folge. Wir holen uns gleich den nächsten Mordauftrag ab. Ich bin gleich mal vorgefahren. Die Corleones und ich brauchen wieder einmal deine Hilfe. Was sagst du? Natürlich. Für die Familie tue ich alles. Alles. Wir glauben, dass uns die Stracci's in Jersey aus dem Geschäft bomben wollen. Wie es aussieht, steckt Leon Grossi hinter der Sache. Leg sie alle um. So, Leon Grossi ist ein Capo de Stracci's. Er hat Ottavianus' Geschäft übernommen und beschlossen, die Corleones in Little Italy aus dem Geschäft zu bomben. Schalten Sie den Kerl aus, bevor er einen Wannkrieg anzettelt. Hehe. Ich soll ihn in den Backofen werfen. Verdammt. Wir können ihn dort gar nicht richtig halten. Ich muss jetzt nicht ernsthaft nach Little Italy, oder? Oh, doch. Und wir können auch mal nur einen Mordauftrag auf einmal annehmen. Ganz ehrlich, ich habe jetzt keine Lust, da unten runterzufahren. Ich übernehme lieber noch ein paar Geschäfte jetzt. Entschuldigung. Ah, falsche Straße. Ah, falsche Straße. Das doof ist, hier ist keine Hintertür. Hier ist eine Hintertür. Willkommen zu einer weiteren Folge. Wir holen uns gleich den nächsten Mordauftrag ab. Ich bin gleich mal vorgefahren. Die Corleones und ich brauchen wieder einmal deine Hilfe. Was sagst du? Natürlich. Für die Familie tue ich alles. Alles. Wir glauben, dass uns die Stracci's in Jersey aus dem Geschäft bomben wollen. Wie es aussieht, steckt Leon Grossi hinter der Sache. So, Leon Grossi ist ein Capo de Stracci's. Er hat Ottavianos' Geschäft übernommen und beschlossen, die Corleones in Little Italy aus dem Geschäft zu bomben. Schalten Sie den Kerl aus, bevor er einen Wannkrieg anzettelt. Ich soll ihn in den Backofen werfen, verdammt. Wir können die dort gar nicht richtig halten. Ich muss jetzt nicht ernsthaft nach Little Italy, oder? Oh, doch. Und wir können auch mal nur einen Mordauftrag auf einmal annehmen. Ganz ehrlich, ich habe jetzt keine Lust, da unten runterzufahren. Ich übernehme lieber noch ein paar Geschäfte jetzt. Entschuldigung. Ah, falsche Straße. Das doof ist, hier ist keine Hintertür. Hier ist eine Hintertür. Du hast Mut hier aufzukreuzen, das muss ich zugeben. Sie sind hier, um uns zu beschützen. Ich fühle mich geehrt, mit den Corleones zusammenzuarbeiten. Bin ich gerade doof, oder mit? Die sind ja richtig wieder hoch. Da ist die Tür. Ich bin... Unsere Karre ist leicht im Arsch. Ähm... Da, da haben wir noch das grüne B. Okay... juhu doofe Stelle wieder, doofe Stelle jetzt kommen sie die treffen mich da hier schön, hatten sie es hier ich fürchte, hab was kaputt gemacht ich tue was immer sie sagen Kuchen und Torten schützen sie nicht ich zahle ja, aber tun sie mir nichts so warum soll der Don mich fertig machen so, reicht raus wenn ihnen was an ihrem Leben liegt arbeiten sie ab sofort für die Corleones ok, du kriegst dein Geld Arschloch ich frage mich, wie lange so eine Woche eigentlich immer so dauert ob das eine Spielstunde ist so, ach ja, ich wollte ja mal nochmal hier hingucken ok, jetzt sind hier doch gefühlt mehr unterwegs von unseren Leuten ich wollte mich mal gucken ob hier oben vielleicht noch eine Filmkassette ist die Räume oh springe ich mal den Tresor in unserer eigenen Bude so, ach, deine Bruder ich climb immer das Auto, ne, Jungs Tatsache, stimmt das habe ich mir ja nie weiter angeguckt weil wir hier immer gleich beschossen wurden so, das soll aber nicht der Central Park sein, ne das wäre ein bisschen, naja was ist, sind wir im Geschäft wow sorry man, ich habe nichts zu verschenken ich brauche mehr Money so, genau danach habe ich gesucht der wird auch nicht ah, ich gucke lieber nochmal nach dann können wir unser Auto auch wiederholen ich denke mal nicht, dass hier genau an der nächsten Ecke auch wieder so ein Ding sehen wird wie geht es Ihnen, Sir? ich hoffe gut hallo toll, unser Auto ist weg klasse warum jagen die mich da immer? aber schon das verstehe ich nicht und das ist ja nichts da das ist doch nur eine Straßensperre von denen Mann, das geht mir auf den Sack, ey Jungs, ich muss mein Auto mal ein das ist ja nichtsが das ist ja nehm, das ist ja ist ja das ist ja das ist ja das ist ja Ich halte euch nicht mehr aus! Die tun mir doch nichts, oder? Seid ihr beiden unbefreundet? Wie wärs? Erst erschießen ich ihren Freund und dann reden wir! Einige Leute kapieren es einfach nicht! Ich halte es nicht mehr aus! Recht ausvollein! Stellen Sie sich vor, hier würde ein Feuer ausbrechen, zahlen Sie lieber! Tun Sie mir nichts, ich bezahle! Da geht ja noch was! Na gut, egal! Wenn Ihnen was an Ihrem Leben liegt, arbeiten Sie ab sofort für die Corleones! Ich spiele mit! Ich muss doch von was leben! Die bekloppte! Du hast doch ein Feuer ausbrechen! Okay, was hier in der Ecke noch hat? Ich raff's nicht! Wegen dem Lagerhaus! Ah, da ist ein Lagerhaus! Okay... Soll ich... Aufhören! Bitte! Geben Sie den Corleones Ihr Geld, sonst geht hier demnächst Ihr Hirn aufs Haus. Ich hab wohl keine andere Wahl, oder? Ich zahle. Besser ist. Und wir machen einfach ein Päuschenspitze, bedanke mich. Biss! Bis dann!